Zu spät. Sekretärin in höchster Not. Der Blick auf die Uhr zeigt Ines, wie weit die Zeit bereits vorangeschritten ist und das Meeting dennoch kein Ende findet. Als Sekretärin soll sie Protokoll führen, doch ihre volle Blase macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Je näher sie dem Aufgeben und einem nassen Slip kommt, desto stärker lässt ihre Konzentration nach. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de